So, komm ich versuch's nochmal. Diesmal kann ich auch Shift drücken. Ha, ich hab ja genau ein Herz dann. Oh. Habe ich's gerade weggeworfen? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, jetzt habe ich die Brücke gebraucht, wo ich sie nicht mehr brauche. Das ist auch klug gewesen. So, das kann weg. Das kann. Glowstone brauche ich auf jeden Fall. Xiondai, Williwood. Aber brauche ich im Moment nicht. Nicht, 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 nicht. So. Das kann hier rein. Iron. Opf. Singhead. Glowstone. Habe ich da schon was? Oh, das sieht ja schön aus. Research. Okay, also das sieht nach etwas Kompliziertem aus. Was ich im Moment nicht machen möchte, weil es zu kompliziert ist. Sticks kann man immer gebrauchen. Hier war's, glaube ich, genau. Deshalb einmal... Nein. Nein, hier war's, genau. Einmal bitte... ... diese Sache. Reinforced. Was? Mining Speed 7, aber... ... du... ... rip it... ... egal. Was macht die Stonehead Shep? Die hat 20. Ah, die ist nicht Reinforced. Was habe ich da für einen Bonus drauf? Da habe ich gar keinen Bonus drauf. Das ist Mining Level Iron 4. Das ist 7. Gut. Brauche ich beide im Moment nicht, denn ich gehe auf Höhlentour. Genau. Höhlentour. Kann ich... ... mir da... ... schon einen... ... Backpack bauen? Hä? ... da... ... blue... ... brown... ... green... ... red... ... yellow... ... pink... ... lime... ... white... ... woven cloth... ... white stained sapling... ... string... ... plus stick... ... oh mein Gott... ... muss ich da viele Spinnen farmen? Was ist das? Adventures... Genau. Miners und Diggers... ... Diggers Backpack ist das. Chest... ... wool... ... und strings... ... und der Miners... ... check... ... Eisen und... ... okay. Ähm... ... habe ich gerade... ... nein, ich glaube ich habe es nicht... ... schade... ... so... ... dann... ... kann ich mir... ... noch was... ... hiervon bauen... ... nein... ... ja... ... aber vielleicht wäre noch eine... ... Pickaxe nicht schlecht... ... falls die eine kaputt geht... ... dann gucken was wir hier haben... ... Slime... ... Flint... ... Slime... ... Iron... ... komm ne Iron... ... Pickaxe... ... das ist auch noch nicht schlecht... ... äh... ... Pickaxe... ... nein... ... voll... ... Mad Talk... ... Wood... ... oh das ist geil... ... äh wo ist meine Pickaxe... ... ja... ... gibt es auch eine... ... irgendwie eine spezielle... ... nein... ... verbrauchen wir aber so ein... ... Tool Binding... ... Teil... ... wir haben ein... ... Bone Binding... ... ein Wooden... ... ein Paper... ... ein Kaktus... ... ich glaube ein... ... Bone ist da am stärksten... ... so... ... Bone... ... das... ... und das... ... Mining Spiegel... ... 6... ... 250... ... geht... ... kann ich das auch da sehen... ... nein... ... schade... ... Wohl... ... reinforced... ... cool... ... ähm... ... ich geh' noch mal kurz schlafen... ... schlafen ist... ... ich... ... geb' hier nur die... ... diese Mütter-Ratschläge... ... schlafen ist wichtig... ... schlafen ist wichtig... ... es ist wichtig... ... alles macht Spaß... ... es ist... ... boah... ... ok ich sollte aufhören... ... und meine Stimme hört sich auch noch nicht mehr so gut an... ... das liegt daran... ... dass ich jetzt zwei Stunden hintereinander aufnehme... ... also die zwei Stunden... ... die es bis jetzt gibt... ... nehme ich hintereinander auf... ... äh... ... und... ... das ist glaube ich nicht so gut für mich... ... kann man hier drauf und sich irgendwie umher gucken... ... da gibt's jede Menge Zeug... ... da gibt's auch Zeug... ... da unten ist auch was Schönes... ... ach lass erstmal hier an der Seite laufen... ... hier ist Eisen... ... Eisen kann man immer gebrauchen... ... aber ich bräuchte eigentlich auch Redstone oder sowas... ... und ich weiß nicht was man damit macht... ... müsste ich nachher gucken... ... es gibt ja so im speziellen... ... Modus... ... hier... ... kann man ja gucken... ... man kann erstmal gucken... ... da Reaktor-Craft... ... und dann kann man... ... unter Reaktor... ... gucken... ... was da läuft... ... ist schon gut aufgebaut... ... muss ich sagen... ... also da muss ich den Entwicklern... ... einen Applaus geben... ... dass ich das so benutzen kann... ... und dass es auch noch frei ist... ... nicht lizenzpflichtig oder irgendwie sowas... ... und dann noch was kostet... ... äh... ... pfff... ... wow... ... boah... ... oh mein Gott... ... da hab ich mich aber erschrocken... ... mal wieder... ... komm... ... fangen wir uns erstmal einen Weg nach oben... ... damit wir abhauen können... ... falls brenzlig wird... ... naaaain... ... Dummheit kommt selten alleine... ... Geostar... ... Opal... ... weiß ich auch nicht was das ist... ... ich weiß nur... ... learning by doing, ne... ... was hab ich da für... ... haste... ... cool... ... also haste... ... heißt so viel... ... ich weiß... ... Geschwindigkeit... ... so... ... so... ... hier gab es irgendwo... ... genau... ... Copper... ... erstmal... ... baut man am Ende ja sehr viel... ... zumindest wenn man sich so... ... Maschinen bauen will... ... dann sollte ich aber auch... ... nämlich mal auf der Suche nach... ... Rubbertrees machen... ... denn die... ... muss man nachher auch... ... sehr stark ernten... ... Aua... ... ach... ... die hat mir Haste gegeben... ... wie schön... ... jetzt... ... strange... ... ja... ... mal gucken... ... Zinn... ... brauchen wir dringend... ... dringend... ... Zinn... ... so... ... da haben wir noch was Zinn... ... gut zu wissen... ... habe ich gerade wahrscheinlich übersehen... ... boah... ... okay... ... ich würde sagen... ... das war's für heute... ... und äh... ... ich muss mich damit verabschieden... ... wir machen das nächste Mal genau... ... hier weiter... ... also sperrt die Lautsche offen und... ... bis bald... ... tschüss! ...